Heute geht es um deine Bewerbung, dein CV, dein Motivationsschreiben, dein Dossier. Alle Experten sagen es und es steht auf jeder Ratgeber-Website. Verwende keine Floskeln. Nur, so gut wie niemand hält sich daran. Was meine ich? Noch immer erhalte ich zu 99% Bewerbungen, auf denen grundsätzlich nichts als Floskeln stehen. Sofort und unmittelbar huscht mein Blick dann auf die Sektion mit den beruflichen Tätigkeiten und die dort gelisteten früheren Arbeitgeber. Warum? Weil diese Angaben das einzig Unique sind, was diese CVs zu bieten haben. Der Rest ist komplett austauschbar. Beispiele aus der Praxis. Ich bin ein kommunikativer, flexibler und hoch engagierter Mitarbeiter, der seine Passion auf ein nächstes Level bringen möchte. Oder, meine persönlichen Stärken sind hohe Zuverlässigkeit, Loyalität und eine sorgfältige Arbeitsweise. Oder, ich bin jung, dynamisch und erfolgsorientiert und verstehe es, andere zu motivieren. Bei meinen Kunden mache ich oft den Fingerrahmen-Check. Wir sehen kein Bild, wir kennen keinen Namen. Wir lesen nur diesen Beschrieb. Ist es beim alleinigen Lesen klar, dass du das bist? Oder ist dieser Text austauschbar? Manchmal kommt es mir vor, als hätten die Kandidaten ein Wörterbuch voller positiv besetzter Adjektive verschluckt und diese danach alle einfach mal aneinandergereiht. Beim Lesen verliere ich sofort die Aufmerksamkeit, weil die gleichen Sätze immer und immer verwendet, ich würde sogar sagen, bemüht werden. Es entstehen diese endlosen Adjektivlisten voller Gedöns und inhaltsleeren Blabla. Die Bewerber sind alles und können alles. Flexibel, dynamisch, offen, motiviert, zielorientiert, erfolgshungrig und so weiter. Überall, wo es möglich oder unmöglich ist, wird noch ein positives Adjektiv reingewirkt. Tu du das bitte nicht, wenn du dich das nächste Mal bewirbst. Wenn du dich bewirbst, kommunizierst du mit einer Person. Und die Kommunikation beginnt nicht erst im Vorstellungsgespräch. Also, wie geht das? Fokussiere voll und ganz auf die ausgeschriebene Stelle und die Problemstellung, die sich dahinter verbirgt. Die Person, die das Inserat oder den Stellenbeschrieb verfasst hat, hat ein Problem und sucht jemand, der dieses Problem löst. Von dem Moment an, wo du deine Bewerbung versendest, ist diese Person dein Gegenüber, deine Kommunikationspartnerin, die du überzeugen musst, dass du die richtige Wahl bist. Eruiere die wichtigsten Keywords und Begriffe, die im Beschrieb zu finden sind. Erstelle damit eine Liste. Welche dieser Themenbereiche und Aufgaben kennst du aufgrund deiner eigenen Erfahrung? Welche damit verbundenen Probleme kannst du dank deiner Expertise lösen? Welche deiner uniken Stärken machen dich zur Frau oder zum Mann für diesen Job? Was kann niemand so wie du, weil du, du bist? Präsentiere diesen Lösungsansatz in Form deiner Bewerbung und auf dem Silbertablett. Verständlich ohne Umschweife. Wenn du Adjektive verwendest, dann sag, warum die dort stehen. Präsentiere das grosse W. Warum kann ich das? Wann habe ich das schon gemacht? Mit wem? Wie lange dauerte das damals? Und was kam dabei heraus? Gib deinem Inhalt Wert. Zum Beispiel 2017 realisierte ich bei Arbeitgeber XY das Projekt YZ. Ich leitete ein Team mit vier Mitarbeitern. Innerhalb von sechs Monaten sparten wir 50% Kosten ein und optimierten alle Prozesse. Daraus resultierte ein Umsatzplus von 30%. Sei konkret, sei fokussiert. So gewinnst du das Spiel der Bewerber. Wenn du einen Coach suchst, der dich so richtig fit macht, dann ruf mich an. Nutze mein Insiderwissen als Headhunter und Psychologe und nimm die Abkürzung zu deinem Erfolg in Bewerbung, Job und Karriere. Okay? Ciao, ciao.